Schnellsuche Es geht doch was du willst Bei mir gibt's Moki Octograps Ich mach schon mehr die Entfernungsarten Ja Octograps Octograps Voll krass Morales ist jetzt mein 5 Mein fünfter Level Mehr als Abortur Ich bin nur noch Feindbar Ich bin nur noch Feindbar Octograps Ist immer da wo ein Octograps ist Fische umsonst Fische umsonst Ich find das immer noch die krasseste Fähigkeit in allen Aber hier Ja Natürlich zusammen mit der Neverending Kenne Ist ja auch Zusammen mit Morales Stimmt Willst doch nur wieder Morales spielen Nein Irgendwann bestimmt nochmal Ich will ja Die bestimmt irgendwann auf 10 haben Mit der auch so ein schöner goldener Kriegel ist Aber im Moment eigentlich nicht so Zumal ich ja weiß, dass ich die oft genug in der Hellenliga spielen muss Und das reicht mir eigentlich Oh Oh, es geht schon los Juhu Oh, wir haben ne Lunara Und ne Jaina Platzhörschgruppe Gegen Platzhörschgruppe Nö Räner Asmodan Thrull Aberと Nö Kälter ist ein bisschen Aber keine tanks Na richtig Aber es sind alles gute Solo-Dudes Lunara und Jaina können nicht gut allein in kürze und jetzt über Moki haben sie nicht gesprochen tschüss wie findest du meinen Kugelfisch? gute Stelle ne? hab mir schon gedacht dass er dich angreift deswegen einfach mal auf dich geworfen oh lauf 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 du musst ihn raus du musst ihn raus komm stirb wenigstens schon bald ist es Nacht ich hoffe ihr seist bereit ok gegen Strahl ist nicht so lustig Strahl gegen nirg jemand anders stop jemand anders sie politicians man fährst den kleinen Fisch er hat zwei gegen einen oh unfair Alter ohne Witz ich hab keine Chance Top das Rarl ist in der Welt Ja, unser Sraal kriegt von deren Sraal voll hart auf die Atta Geil Geil, das war Oh ja Ja, 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 ja Geil, Junge Ja, unsere Lunara hat mal festgestellt, dass der Sraal nicht so cool alleine ist Pushst du noch auf deiner Lane? Guck mich an Ich hab gerade so ein One-on-One gegen Asmode angewonnen Osmode Osmode Ignore die Pflanzen Das ist eine neue Mecha Geil, wenn ich Glück hab, Penta Abatur Kann ich ihn gleich abholen Ich hab ihn geholfen Ich hab ihn geholfen Owned by the fish Boah, muss der sich blöd vorkommen Das Geile ist Ich hab erst den Fisch unter ihn gelegt und der war irgendwo im Symbio drin Und dann hab ich ihn einmal angeschleimt und dann Oh, oh nein Und dann ist der Fisch explodiert Als es zu spät war Als es zu spät war Wie sieht's da aus? Gut, denn ich mach hier ein Gebäude nach meinem anderen Platz Boom, boom Octograb Oh mein Gott Oh mein Gott Das Gegnerische Ungeheuer erblüht Die Sonne geht auf Für den Augenblick müssen meine Kinder reisen Jetzt Oh nein Stopp the murky Drei Leute sind zu mir gelaufen Please, please stopp the murky Please, please stopp the murky Ja, okay Everything is stopp Oh mein Eis kaputt gegangen Dann geh ich mal lieber, ne Ich geh dann mal Und lege es hier neu hin Bis dass ich ne bessere Stelle gefunden hab, ne Gut gemacht Gut gemacht Das Gegnerische Ungeheuer ist nicht weg Fuck the grab Vielleicht ein bisschen unnötig, aber dann haben wir uns nicht Dreck 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 Bye Bye Hammer Bye Bye Hammer Ja Junge Was denn? Die dachte ich geh drauf Aber ne ne Na, tschüssi Du pushst wo? Du bist beim Team, ne? Gut Ich push nämlich gerade mit Lanes Greif dort an Ich könnte hier mit mit Lanes pushen Wenn er Kilo machen Aus nem sicheren Oh, 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 Shroud Gerade als ich geplatzt bin Das war nicht schön Das war nicht schön Hat nicht geklappt Aber was gut ist Ich bin direkt wieder da Wo ist die Samen? Ja BAM FISH Endlich habt ihr genug Samen Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst Hallo, Shroud To be blessed here Uuuuuh Jetzt immer noch gekriegt Ja 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 Dann messen wir's Murphy Das Ungeheuer wartet Kommt, holt euch seine Macht Euer Ungeheuer Hint They can handle the Murphy Uuuuuh Ich bring dir was mit Das war so nicht geplant War zu viel, ne Ich wollte ihn eigentlich genau in deiner Range Octo grabben Das war mein Plan Aber leider bin ich vorher ge... Ja geil gewesen Ich bin leider vorher geplatzt Ich glaub der ist im Busch Blood for Blood mit Morki ey Was wärs ja Okay Alter was 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 war das denn Alter Wär instant gestorben von irgendwas Die never ending Range Junge Ah hier Hier ist einer Bei mir Oh nein Bestes Timing Too late Apologize Ich bin nur wegen seiner blöden OTG Ich freu mich noch meine blöde OTG Die never ending can Dann einmal der Shield down OTG Boah K Was Wär Über Schirmiddien Wär Ja Achtschina Mungo Ach, sind alle tot? Ja, okay. Na dann. Kappen, gebrabt. Aber es reicht nicht. Wie low sie sind. Joachimino. How low it is. Räume auf! Einschlag, Junge. Durchschieß dich ins Universum. Tschüss. Ja, dann mach es doch. Junge. Was sagst du dazu? Ja, nice. Ja, nice. Dreck, Dreck. Dreck, Dreck. Nein, Swall is coming. Alle sind coming, Junge. Da ist Moki! Drauf! Was soll ich denn hier decken alleine, Junge? Keine Ahnung. Die Basis. Aber die besten hast du hier. Ja, try it. Überhührends. Ich glaube, das Rall erholt dich jetzt eiskalt ab. Ja. Ja, der hat jetzt Hilfe bekommen. Ja, ja. Trotz allem. Der allein deck. Der Mokken dämmert Helden. Und der ist der andere Weg. 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 Ja. Was ist gut? Welpen, was ist der andere Weg? aún war. Alter, lauf doch, Jaina! Junge. Ja, nö, ich lass mich diese abholen. Oh, die haben alle so getroffen. Vorsicht! Oh, Octobrap! Immerhin, immerhin, Keltas! Okay, ja! So, viel dazu. Du lebst ja richtig, ja. Ja, ja, aber... Ich lebe vor allem direkt wieder an der Front. Uhuhuhu! Hoffentlich finden sie meine Ei nicht. Oh, du hast was für mich gefunden. Hallo, Ryder! Hahaha! Nimm und tippt das doch! Ja, ist doch gut, seh ich doch. Ja, ja, ja! Meinst du, ich bin da zum Spaß hingelaufen oder was? Ist doch gut. Ja. Ich bin einfach wieder da. Den Lerner End und Kellen. Ja, und? Ich Bulubar blase mich weg hier. Ah, okay, die haben mein Ei gekillt. Na, das ist natürlich bad. Das ist natürlich bad! Woher haben die das gesehen? Ist das so ne typische Stelle? Ich glaub schon. Die Nacht bricht erneut herein. Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. Soll ich mein Ei lieber zuhause lassen oder was? Ich mein, ich spawn ja instant. Ich weiß nicht, ob's so schlau ist, das irgendwo im Busch zu verstecken und die das killen gleichzeitig. Ich bin fertig. Du nimmst das Ei und ich nehm Morki. Ja. Ich lache gemein. Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Ich glaub, ich lass das mal lieber. Gehört! Geh einmal logu. Ihr habt genug Samen! Das Ungeheuer wechselt! Ja, wer nimmt's jetzt? Ist die Frage ich, oder was? Vielleicht kann ich ja direkt die Never Ending-Candings errichten. Macht euch auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder! Hilf mir doch! Ich hab's nur alleine geschafft, Junge. Warst du Kritiker nicht? Nein, Kelters zu töten. Wollte grad sagen, die haben nix mehr, Alter. Ich hab die schon gut runtergebroxt. Nice. Wie sieht's bei dir aus? Du kommst gut klar, ne? Mh. Mh. Ah. Thral macht einfach so schnell so viel Schaden. Das ist echt krass. Euer Ungeheuer ist gefallen! Vielleicht weiß ich ja, aber... Die Never Ending-Candings ist gezündet. Jetzt machen wir noch das Schild runter. Ich würde halt nicht zu laut sagen, wir schaffen es noch zu sterben. Ich könnte mich darum kümmern, aber... Ich bin hier nämlich die ganze Zeit Tropfsteine, ne? Hallo. Anscheinend haben wir eine weitere Nacht überlebt. Er... Hallo. Na? Hast du Spaß? Juhu. Der Thral der fokust mich die ganze Zeit, Junge. Ist doch nicht normal. Hat er keine anderen Hobbys? Für eure Gegner ist ein Ungeheuer herangewachsen, Helden. Alter, die haben schon wieder ein Ungeheuer? Hm. Wie denn? Oh Gott. Okay. Die Mates sterben gerade. Auch zu grüpp. Auf geht's. Hahahaha. Gut gemacht! Das Gegner ist ein Ongel, ha ja es. Ja, Rainer, hm? Dir geht's wohl nicht so gut, was? Schwupps. Never die. Da ist Kälters, Junge. Okay. Ich glaub, wer kommt... Ich wollte grad sagen, ich glaub, wer kommt zu dir, aber... Wer kommt zu mir. Sehr zufrieden. Aber, Mission accomplished. Shield is down. Ah, Kälters hat Blink benutzt. Masons Ioan. Vielleicht haben wir das auch genervt. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich mein, Win ist Win. Am Ende fragte ich gar nicht mehr. Und jetzt ist Win. Sag ich dir so. Ich klicke jetzt hier vorne mein Ei rein, in den Busch. Ich hoffe, da sieht es keiner. Das ist ja kacke, wenn er es gelöst hat. Murfi! Okay. Nice. Ich wünschte, man würde in der Heldenliga sein. Ja. Tschüss.